Ich habe noch mal den Akku gewechselt, damit man es schön sehen kann. Da kann man fast Musik mitmachen. Ich stelle mal auf den Fußboden das Gerät, eben stand ungefähr Hüfthöhe. Und das ist auch, wie gesagt, wenn ich, wie man im ersten Video sieht, den Aufsatz dran mache. Ah, jetzt geht es gerade. Also auch wenn ich hier dran halte, das richtig fest zudrücken mit der Hand, das ändert eigentlich nichts. Es ist halt nicht, sag ich mal, ein feines Schwingen, Vibrieren vom Rohr, was ich unterbrechen könnte jetzt hier, indem ich fest zudrücke, sondern wirklich die Luftströmung in dem Schlauch. Komplett ohne Schlauch habe ich nöhe Probleme. Kaum ist der Schlauch dran, egal mit welchem Aufsatz habe ich dieses Phänomen.